Das Spiel namens Psychotraktor. Ich sehe, einige von euch kennen schon Psychotraktor. Auch unsere arabische Freunde. Andere fragen sich, was ist Psychotraktor? Ich erkläre, Psychotraktor ist so ähnlich wie kennen Sie in Spanien, wo sie davonlaufen von dem Stier. Wir in Weißrussland, Ukraine, Russland, wir laufen davon vom Traktor. Und heute wollen wir das hier mit euch spielen. Dafür brauchen wir jemanden in der Mitte. Zum Beispiel diese Kamera da, die kleine Kamera da. Bleib, bleib, ja, das ist eure Mitte, okay? Das ist eure Mitte, bleib, bleib, zeig deine Hand. Ja, 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 das ist eure Mitte. Wir, wir sind der Traktor. Wir sind euch auf der Ferse. Die einzige Richtung, in die sie laufen können davon, ist um die Mitte herum in diese Richtung. Ja? Sie werden sich fragen, was ist das für eine idiotische Spiele, einfach im Kreis laufen? Ich sage Ihnen, dieses Spiel dient zu. Kollektivgefühl, bewusst seine Erweiterung. Ja? Das bedeutet, wenn Sie merken, jemand ist aufgefallen, nicht einfach drüber, laufen, drüber steigen. Rätsel nicht aufheben, hochheben und weitergehen. Rätsel nicht aufheben, hochheben und weitergehen. Rätsel nicht aufheben, hochheben und weitergehen. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja!